Hallo Leute, nach langer Zeit wieder zurück, wieder zu einem Empfehlungskauf. Bevor es wieder startet, ich wollte heute sagen, dass der Eki heute, also er ist halt im Hintergrund, ich skype gerade mit ihm. Eki, sag doch mal was. Kein Kommentar. Ja, kein Kommentar halt, so wie immer. Ich bin gerade am Saufen. So, also was geht jetzt los mit einem Empfehlungskauf? So, heute stelle ich ein altes Benzinfeuerzeug vor. Also da ist so Benzin und Feuer drinnen. Und das mischt, kommt eine Explosion. Und somit kann man ihn das anzünden. Hier schön zum Haken, kann man sich ungefähr so ans Ohr binden, damit man es immer bei sich hat. Der zeige ich jetzt mal noch so die Bilder. So, einmal so das. Guckt mal. Das ist so Benzin und so alles drinnen. Hier einmal so von unten. Da ist so ein Dämonen-Dreieck unten drauf gezeichnet. Mehr Bilder gibt's hier nicht? Okay. So. Wie immer ist der Artikel zu haben gebraucht. Der kostet 4,50 Euro. Schon drei Gebote. Schnappt so Leute. Die Lieferung findet statt zwischen Freitag. und Samstag. Und wenn ihr das kauft, kommt es immer zwischen Freitag und Samstag. Okay. So ein Nachtzug. Oder so. Okay. Wenn ihr das kauft, könnt ihr das auch so nicht zurückgeben. Und es hat auch keinen Käuferschutz. Es hat halt nichts. Ihr müsst schon versichert sein gegen Antischutzpillen, damit ihr das wieder zurückgeben könnt. So. Der Verkäufer ist für dieses Angebot nicht verantwortlich. Er war halt 5. April 1979 zuletzt auf Ebay aktiv. Ja, der ist halt so gebraucht, wie immer. So Artikel wurden benutzt. Mit Gebrauchs- und Lagerungsspuren, siehe Foto, welches Foto, wurden nicht auf Funktionen geprüft. Kann auch als Schlüsselanhänger benutzt werden, damit sich ihre Hose anzündet. Privatverkauf und keine Gewährleistung, keine Garantie, keine Rücknahmen, außer man ist gegen Antischockpillen versichert. Und auch kein Umtausch. So, das, ach so ja, der Angaben zum Verkäufer, er heißt halt 1908X, Equipier. So. Folgt ihm am besten, er macht eigentlich ganz gute Artikel hier, auf Ebay. Ja, und das war's, Leute. Tschüss.